Ist dir da keiner da und höre ich mich vielleicht etwas anders an und ich muss bestimmt noch ein zwei Einstellungen tätigen irgendwann. Heute ist Premiere für mich mit neuen Headset. Ich habe ihn dir geschickt. Das ist aus dem Mikrofon. Ich habe keine Ahnung, wo ist das aus. Ich werde das meinen, ich probiere es aus. Ah, ok. Hi. 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 Gell? Ich habe nichts zu legen. Wie hoch sind die Verzögen? Ok, geht. Die Stream-in-Streamtechnik funktioniert auch nicht so ganz. die idee die wir eventuell machen könnten in die eiser geht los in dieser technik habe ich ja mal versucht den zweiten pc als streaming pc zu nutzen es funktioniert ja auch diese bildübertragung grunde und der pc ist nicht verarbeitet dank d also funktioniert das garantiert auch dass wir gegenseitig uns was schicken und somit hätten wir autark ohne verzögerung wahrscheinlich das werden wir mal irgendwann machen genau genau so welchen ort nehmen wir hier in zwei wir jetzt schon mächtig sind ich werde sterben alles außer die schattenwelt weil die alles noch etwas schwieriger machen so ready go ich geil ausgerüstet mit zeug und noch mehr zeug genau die rosanity geist vom bild bild vom geist fahrer nun mal phänomen und aufhalten mit einem kruzifix hey die aufgewahrt mir noch nie auf der sicherung was kannst du nicht dazu bin ich antworten b eine sicherung ich glaube b war das normale weg strom und strom b b b b b b ihrer tür ja auch keine tatschen durchgängig vier impuls was eben da liegen ich schalte ich schalte du gerade meine tür getätschelt tätschel meine tür was mich heute haben wir es nicht auf zwei ich habe jetzt zwei feuerzeuge wach 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 Vielen Dank. Das EMF einfach mal hier an der Treppe. So, dann haben wir jetzt vier Dinge. Jetzt gehe ich die zwei. Und da gegangen auf 0,1, 1, 0,5 oder so. Das Buch wieder da hinten? Oh, hast du was genommen? Na. Okay. Jetzt komm mal her mit dem Vogel. Aber die Aktivität ist allgemein gerade hoch. Dann bring den Vogel mal zurück und hol das letzte Ding. Armband vielleicht, glaube ich, oder so. Oh, der Tür wahrscheinlich besser gewesen. Ist er gegangen? Ja. 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 Auf jeden Fall hat er was gemacht. Ich weiß nicht, ob das die Notiz war, die ich eventuell gehört habe oder das Buch. jetzt mal noch wäre das Buch. Okay. Jetzt schüss. Oh, die Tür. Vielleicht ist das der Weg zu kurz, um da wirklich eine Reaktion daraus zu schließen. Den Gegenstand höchstwahrscheinlich berührt. Oder es gibt halt noch einen 5. Ich weiß es nicht. Und er ist auf chillige 1. No way. Vielleicht gibt es noch einen 5. Ich weiß es nicht. Eine Reaktion. Keinsterweise. Ich bin schlafen gegangen. Gut. Nog nur mal kurz. Monitor. Nog nur mal kurz. Okay. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, wir haben zwei Notizen, glaube ich, da jetzt rumliegen. Danke. 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 Nichts. Danke. 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 funktioniert heute geholfen wir haben die weitergeholfen Okay, das schaut hin. Gut, ähm, willst du die Box mitnehmen? Weil irgendwie hat er auf mich nicht reagiert. Die Box versteht sowieso und meine Sprache nicht. Ich glaube, ich habe meine Stream-Einstellung verkackt. Geht es nicht angeschlossen? Wieso ist das denn nicht angeschlossen? Ähm, okay. Ja, jetzt haben wir auch's. Gut, ähm. Can you hear me? Ist das der Funk? Du hast jetzt das Funkgerät? Das ist normalerweise B. Ich weiß. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass ich's auf der Maus haben will. Die Streamer. Total. Es stört ja glücklicherweise keinen. Ist ja keiner da. Ist ja keiner da. Kann ich ja nicht. Ich möchte was ausprobieren. Ich habe hier eine längere... Wieso? Ich habe jetzt die Kamera geworfen. G statt B genommen. Ich möchte doch mal noch wissen, wo auf der Tastatur B und wo was anderes ist. Glaube ich. Auf jeden Fall wollte ich schon immer mal was ausprobieren, denn ich habe hier eine leere, nutzlose Kamera. Und einen Open, der noch Holz hat. Oh, ja. Oh, ja. Oh, sie ist weg. Weg. Oh, sie ist weg. Oh, sie ist weg. Oh, sie ist weg. Oh, es funktioniert eigentlich. Kamera verbrannt. Wer weiß, Fotos vernichten! Okay, ähm, ich soll... Pack mir die Box aber bitte rein, weil ich bin irgendwie voll. Was sagt unsere Sanity? 70 und 88, alles gut. Okay. Am Haste haben wir Orben musst du suchen, da... Sind auch schon wieder Heds? Finde ich immer nicht. Ob, 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 ob... Denk dran, wir brauchen auch noch die Rd, ne? Mhm... Der Kamera kann mal wunderbar in so einen Schrank gucken, in so einen Posen. Ok, ich hab das Brett gefunden. Willst du aufhören zu knarzen? Wo bist du? Bist du hier? Wir haben doch zwei Sachen. Das ist die zweite Sache. Buch und Held. Wir haben Buch, wir stehen. Guck mal nach, was wir brauchen. Hallo? Herein? Ist da jemand? Gute! Weißt du? Das ist weg damit. Das ist weg damit. Okay. EMF liegt natürlich drin. Ich nehme das Ding mit. Das stinkt. Und such das EMF. Könnte EMF auch sein. Der hatte einen Vierer. Wo war das Brett? Vom Keller, wo es immer ist. Nicht immer. Ja. Mit diesem Haus glaube ich schon. Hier hinter diesem Mono liegt. Da gehen wo er ist. Wo? bist du? Wo? Achso. sein Ausweis. Wo ist dein Ausweis? Wo ist dein Ausweis? wo ist dein Name? Wo ist dein Ausweis? Ich glaube er wird mich umbringen. Ich hab' mit dir kaputt Was will du sagen, dich? Du kannst uns jaxos ja was dich? Ich komm' mit! Ich hab' mit dir gewonnen! Ich hab' mit dir gewonnen! Ich hatte dir auch für das Grund, sich retten zu können! Eine Aufgabe. Der ist immer noch hier. Der hat mich reingehaut. War richtig übel. Ach, das war ne Aufgabe. Ja, deswegen dachte ich, machen wir die gleich zu Ende. Ach so, ich wollte das Kruzzi retten. Ja. Wow. Der mag uns nicht. Er hat es gehasst, dass ich ihn nach seinem Ausweis gefragt habe. Warum machst du das auch immer und immer und immer wieder? Oh shit. Ah ja, er hatte nur ein Vierer eben, kurz bevor die Jagd losging. Hm. Super. Suchen wir weiter. So, du hast Pillen geschmissen, oder? Schon Pillen gemessen? Oh shit. Oh, genau. Ja. Hobby im Living Room ist recht. Oh, angenehm. Wo? Aha. Wo er auch geschrieben hat. Wo? Holtergeist. Okay. Holtergeist. Deswegen renne ich. Ich will nicht angekrabbelt werden. Shit. So geil. Irgendwo ein Siegel hinmalen. Das krieg ich hin. So beide Runen, okay. Ähm, nimmst du Kerzen und die Rune mit? Geht das? Zwei. Sein Ausweis? Geht nicht, ne? Ja, war recht klar. Ah, die Fuso. Ah, die haben den Ausweis nicht! Scheiße, stimmt. Den Ausweis suchen. Wir müssen den Ausweis suchen. Oh Gott. Okay. Gut. Aber wir können Rune ja schon mal irgendwo hinmalen und sowas. Und nebenbei die Vorbereitung treffen. Kann ich ja hinschmeißen, so. Ähm. Ahmet. Ahmet. Zum Beispiel hier. Kommt der von oben runter? Er kommt von oben runter. Man kann hier so... Entweder rechtzeitig halt in den Schrank. Oder hier eben ihn ein bisschen verarschen, ne? Ja, also ich hier vorne. Ahmet. Ja, Ahmet. Und dann kannst du dir noch so ein bisschen Schutz hinmalen. Er hat sich auch rausgemacht. Der Weg sich... Wir müssten dann mal, wenn wir den Ausweis finden, Helena Bridgestone, will ich wissen, ob das ihr Name ist. Glaube nicht. Ich auch nicht, aber vielleicht ist das wirklich so detailliert geil. Ich auch nicht. Wenn der halt wieder irgendwie so oben an dem Schrank ist, ne? Dann gebe ich die Briefe und Siegel, dass ich die nicht finde. Weil ich bin zu klein. Ja, ich auch. Ich habe so ein Strich, der wir mal an. Hören wir mal Licht hier an. Ein bisschen oben Schrank hier. Da ist der Ausweis. Da ist der Ausweis. Okay. Geht nicht, wir sind voll. Wir müssen unten das Ding fertig machen. Das ist mein Ding ist. Dann kannst du noch so ein paar Siegelchen malen. Ich gehe dann noch hier die andere Rune holen. Was habe ich denn? Das wissen wir gar nicht, ne? Ich verstehe nicht, dass wir keins haben dürfen. Hab es auch noch nie als, ähm, Ritualding, ne? Ähm, glaube nicht. Ich habe den Ausweis und er heult. Ist da allen Grund zu heulen, Mann. Grund. Er hat jeden Grund. Ja, alle zuallererst. Er ist tot. So, was fehlt noch? Ich kann noch. Eine Helle. Eine Rune fehlt noch. Sprühflasche und so. Ich glaube, das ist jetzt gemalt. Also, drei sind noch offen. Gut, ich habe dich hier nochmal mitgebracht für eine Notfall. Nice. Helle, äh, nein. Wie heißt das? Lukas? Das ist anders. Das ist anders. Das ist anders. Das ist anders. Lukas Andersson. Kann man denn eigentlich... Ich möchte mal kurz die Passporten bekommen. Ach Gott. Hey. Sieht mal nix. Geht euch. Jo. Lukas Andersson. Lukas Andersson. Lukas Andersson. Lukas Andersson. Lukas Andersson. Das funktioniert nicht. Ich kann seinen Namen nicht. Nein. Ich habe gerade gewungen gemacht. Die Größe Christi gebietet dir. Vielen Dank. Die Größe Christi gebietet dir. Die Größe Christi gebietet dir. Geh mal bitte aus meinem Bild raus, ich sehe sonst nichts. Es geht nicht. Geh mal bitte aus meinem Bild raus. Geh mal bitte aus meinem Bild raus. Die Größe Christi gebietet dir. In dem Namen und der Guthheit unseres Lords. Geh mal bitte aus meinem Bild raus. 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Woher wusstest du, dass er gejagt hat? Äh, das will ich. Oh, das hab ich nicht gehört. Ich hab hier ständig irgendwie sowas gehört. Ich mach hier einfach mal. Ja. Er ist hier immer noch nicht einmal durch. Oder es funktioniert bei ihm nicht. Sorry, ich weiß es nicht. Oh Gott, erhöre mein Gebet. Bewahre uns vor den Lügen des Teufels. Äh, hier. Feuer. So, ja. Wir sind hier. So, jetzt kommen wir. Name? Lucas Anderson Lucas Anderson Geh raus, Böses! Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön Ja, also irgendwie mit diesem Nvidia Broadcast versteht das Ding einen ja gar nicht mehr Ist die Box hier drin, oder? Na? Ich muss das mal testen Also ich hab's ja jetzt beim... Ich mein, danach hatte ich halt die Standardprobleme, ne? Man muss manche Sachen halt wirklich präzise aussprechen Aber wenigstens ging's da, ne? Aber wo ich das jetzt noch drin hatte, da konnte ich ja machen, was ich wollte Da hat er zweimal das Jagen angefangen, weil ich kein Tod rausgekriegt hab quasi Hallo Kann die jetzt überhaupt noch passieren? Hast du das Ding rausgeholt? Äh, warte mal Warte mal Wollen wir nicht auch irgendwas... Kleines? Achso, doch die Box zeigt einem oben an, was man sagt, ne? Die Box zeigt einem... Darum hab ich sie in der Hand und sitze hier Guck mir mal Ja, bei mir funktioniert sie Ja Deswegen wollte ich sie nehmen und mal gucken, ob ich das etwas fein einstellen kann Achso, fein einstellen Richtig Muss ja nicht gleich komplett ausmachen Ja, okay Hörst du dich denn jetzt wieder irgendwie zu sehr, oder? Sehr? Naja, ich hör mich auf jeden Fall Ha Okay Geräte einstecken, ne Quatsch, das war gar nicht Ähm, da Ist aber interessant, weil hier mein Mikrofon gar nicht ausschlägt, wenn du redest Warte einfach mal Ähm OBS hast du auch Ähm Eine Einstellung drin, aber im Spiel nicht Achso, das stimmt So, hast du dich selbst? Ähm, ja Du hast dich selbst? Ja Du hast dich selbst? Ja Hast du dich selbst? Ähm 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 Nein Gut, dann muss ich das auch machen Nee, ich bin immer nicht fertig, aber Achso So, hast du dich selbst? Hallo, 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 hallo Nein Wo bist du? Ich glaube 90% muss ich das machen Okay, okay, warte Ah, das machen wir jetzt natürlich hier Ah, das machen wir jetzt natürlich hier Ähm Ja, und wo stehe ich da jetzt aus ein? Ja, bei mir ist das halt die Intensität von beiden Hier? Geräuschunterdrückung? Ja Weiß nicht, ob Geräuschunterdrückung oder was ist das andere? Ich hab halt hier auch keine Prozent Einstellungen Hm, toll Also immer wieder ausprobieren Gib mir mal das Dingsterbumsdach Dingsterbumsdach Box Warte mal rein Audio Da Wo bist du? Es hört mich nicht Oh doch, da Hörst du dich? Ähm 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 Nö Okay Nice Ja, es hört mich Ich hör mich halt bloß, wenn ich lauter wäre Durch zum Beispiel Scheißhusten Ja Aber damit kann man leben Genau Gut Wir haben alles erledigt Genau Wow 900 Dollar Ich hab's nicht eingetragen Scheiße Sorry Vergessen die scheiße einzutragen 220 Dollar fürs Eintragen Jo Hab ich nicht bekommen Tut mir leid Aber Shady, du hast trotzdem mehr als ich Ja 1000 Euro 1000 Dollar mehr als ich Weißt du mir ins Ohr? Mehr als 1000 Ja 1800 mehr als ich Das kommt davon, weil du mich beißt und abschlabbern holtest Ja, weil ich einen schlechten Arzt habe Ah ne, es sind nur 900 Dollar Ich hätte meinen Reward noch nicht abgeholt Und wir gehen jetzt anbrauchen Ein kleines Päuschen Ich glaube ich cutte mal kurz Und ja Dann geht's gleich weiter Ja Ja